So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ich war schon wieder einkaufen. Ich komme so in die Gemüseabteilung, also nur damit ihr das auch versteht. Ich komme in die Gemüseabteilung und gucke, denke so, das ist ein bisschen teuer geworden. Naja, kaufe ich so zwei Dinge, denke ich, die brauchen wir wirklich. Und dann denkst du in meinem Kopf, der Einkauf wird heute teuer. Ich glaube, die Lebensmittel sind teurer geworden. Ach, glaubst du noch sinnlose Scheiß dazu? Leute, das ist mein teuerster Einkauf seit, seit ich denken kann. Ich habe 89 Euro bezahlt. Ich dachte an der Kasse. Ich bin einmal kurz zurückgeflogen. Die hätte ich fast den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Leute, ich weiß nicht, was los ist. Aber gut, ich zeige euch die bittere Wahrheit. Ich habe im Auto noch einen 10er Pack Milch. Ich habe extra gefragt, ob man das so viel kaufen darf. Weil ich kaufe ja immer diese ganzen Pakete, weil es bei uns so schnell weggeht. Habt ihr auch in meinem letzten Haul gesehen. Die meinten aber, es ist gar kein Problem. Also, das ist für die keine Masse. Es sind wohl mehrere so. So, ich fange an. Ich habe einmal eine Pizza gekauft. Hier so ein Ding mit Hähnchen und Rucola. Ich dachte, ich gönne uns auch mal ein Fertiggericht. Jetzt aktuell in der Homeoffice-Zeit, Leute, bin ich froh, wenn wir irgendwas zu essen haben. Wobei wir aktuell sehr gesund leben. Ich wollte das jetzt irgendwie nicht kaputt machen. Wobei, wenn ich hier gleich so reingucke, ist es nicht ganz so gesund. Naja, ich habe Heidelbeeren mitgenommen. Es wurde gesagt, man soll auch nicht mehr so viel Frisches kaufen, weil da überall auch der Virus drauf ist. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach ganz normal eingekauft. Na okay, Toblerone gehört eigentlich nicht zu meinem normalen Einkauf. Kann ich auch gar nicht so gut ab. Aber Leute, sie war irgendwie im Angebot und wollte mit. Konnte ich nichts tun. Naja, dann habe ich Oregano gekauft und das ist mir übrigens mal aufgefallen. Guckt mal, je nachdem wie lange das steht, umso leerer wird das. Also das war vorhin nur noch bis hier gefüllt. Wenn es jetzt bei mir ein bisschen steht, ist es auch bis dann gefüllt. Es ist aber voll eingeschweißt. Die waren irgendwie alle so, die Gewürze. Nur irgendwie Pfeffer ist bis oben voll. Fand ich irgendwie mega frech. Verkäuferin auch so höre. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber naja, egal. Wir würzen damit gerne. Deswegen habe ich es mitgenommen. Dann gab es Mozzarella Spinat. Hatte ich mal mega Lust drauf. Und dann Leute, es ist ja bald Ostern. Wie cool sind die denn? Einfach mal so goldene Eier. Die werde ich schön verstecken. Das soll die Kleine auch nicht sehen. Eben so diese Eier. Die waren irgendwie auch im Angebot. Hier sogar Fairtrade mit Smallings oder irgendwas drin. Für Ostern. Wir haben ja Gott sei Dank einen Garten. Dann habe ich mir diese Sonnenbrille hier geholt. Die war im Angebot. Und Leute, die hatte ich schon mal. Nur ich habe überall Kratzer hier drauf, weil die Kleine damit rumgespielt hat. Die hat 2,79€ gekauft. Das gehört vielleicht doch zu meinen unnützen Dingen. Wer mein Aufräum-Video im Schlafzimmer gesehen hat, hat festgestellt, ich habe die ein oder andere Sonnenbrille. Aber hey. Ja. Dann gab es hier passierte Tomaten und wieder Bananen. Die kann ich gleich einordnen. Avocado hatte ich auch mal wieder mega Lust drauf. Zucchini ist übrigens aktuell ein absolutes Luxusgut. Irgendwie 2,90€. Ich dachte so, what? Und dann hatte ich noch mehr Bock auf Zucchini, habe ich sie mitgenommen. Und die Kassiererin hat mir schon wieder sowas hier reingemacht. Aber gut. Egal. Machen wir weiter. Und das Erdbeeren. Ich muss ja sagen, eigentlich mit meiner Fructose vertragen wir keine Erdbeeren. Aber ich mache jetzt morgens immer genau eine bis maximal zwei bei uns morgens ins Müsli. Und das läuft ganz gut. Also wenn wir nur zwei essen, geht das gut. Ebenso mit den Heidelbeeren nämlich immer für jeden fünf Stück. Demnach halten die bei uns auch eine Woche. Es ist echt perfekt. Ja, dann habe ich die nochmal mitgenommen für unser Bad. Da muss ich extra zu DM, weil wir so viele aufgebraucht hatten. Ja. Dann hatte ich hier so einen guten Lachsschinken. Den kenne ich noch aus meiner Weight Watchers Zeit. Ist mega lecker. Auf Mandeln hatte ich auch mal wieder Lust. Die sind glaube ich auch teurer geworden. Eigentlich ist alles teurer geworden. Dann habe ich hier noch einen milden Naturjoghurt mitgenommen. Für unser Müsli mit den Erdbeeren. Die Champignons. Dann habe ich jetzt, oh Gott, ich bin zehnmal durch den Laden gelaufen. Ich wollte die Tiefkühlburger holen. Die Burger Patties. Ich habe jetzt nur noch die hier bekommen. Aber ja. Sollte die Burger Brote vergessen. Macht nichts. Gibt Burger halt so. In Italien isst man das übrigens auch immer so. Also dass man das Fleisch isst und dann irgendwas dazu. Also für die ist ja Fleisch immer der zweite Gang. Ja. Deswegen esse ich die auch ohne Brot. Gar kein Problem. Dann gab es noch zweimal Mais. Geht bei uns ja auch immer weg. Einmal hier Schmelz. Mozzarella. Butterkäse. Der war auch im Angebot. Gleich zugeschlagen, wenn mal was günstiger ist als normal. Dann habe ich diese hier gefunden. Die fand ich ja mega interessant. Maxi Tortellini mit Tomate Mozzarella. Ja. Fand ich mega interessant. Die sind so orange irgendwie. Wollte ich mal testen. Dann gab es noch Gurke. So. Dann habe ich noch mal Energy gekauft, weil ich sie halt nicht abkann. Was soll da gar nicht. Ja. Dann ist die Tüte auch näher. Dann noch Tomaten. Ist übrigens auch ziemlich teuer geworden. Manarine habe ich auch nochmal mitgenommen. Achso. Noch ein Paket gehackte Tomaten. Und den langen Kornreis. Ich hätte ja so gerne diesen türkischen Reis mit diesen schwarzen dunklen Dingern drin. Den gibt es immer in der Drogerie. Wollte ich sagen. Im Discounter nicht. Aber ich will jetzt auch nicht extra wegen dem Reis irgendwo anders hinfahren. Ja. Dann habe ich beim Parmigiano nochmal zugeschlagen. Dann habe ich vorsichtshalber einmal die Plättchen und den gebrösen geriebenen. Ja. Den gehobelten und den geriebenen. So. Einmal mitgenommen. Ja. Man sollte nicht mit Hunger einkaufen. Dann Brokkoli. Geht bei uns ja auch immer ganz gut. Den muss man immer schnell essen. So. Dann vorsichtshalber nochmal ein paar Tortolini. Dann auch noch Kartoffeln. Können wir wieder Kartoffelpommes machen. Pommes gehen ja auch immer gut. Ähm. Ja. Mit Mayo. Da habe ich irgendwie noch mehr Wurst gekauft. So. Die Wurst hier. Diese Lujona. Eigentlich essen wir immer Mortadella. Ich weiß nicht welches Pferd mich da geritten hat. Und ähm. Geflügel Filet Rolade. Achso. Noch mehr Wurst. Doch. Man merkt die Veggie-Woche ist vorbei, Kinders. Und die Geflügelwurst hier für die Kleine. Die fragten mich gerade warum habe ich überhaupt Wurst gekauft. Wir frühstücken aktuell immer Müsli. Aber was soll's. Dann können wir auch mal Abendbrot essen. Also das kann man auch mit Käse tun. Naja. Dann haben wir hier noch Gnocchi. Hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Fand ich ganz cool. Müsst ihr mir mal sagen. Bratet ihr die immer? Oder kocht ihr die? Ich bin ja eher der Fan vom Kochen. Meine Mama hat die immer gebraten. Aber das kann man anscheinend beides. Wie ich sehe. Dann für die Kleine noch ein paar Babybell. Da war ich auch so. Was kostet die Welt? Wird eh teuer. Dann gab es noch Russischboot. Ein Grillkäse, den ich mal ausprobieren wollte. Ich kenne ja nur diesen Standard-Grillkäse. Da sind so zwei Dinger drin. Der kostet irgendwie zwei Euro. Und ja. Den fand ich mal ganz interessant. Den wollte ich mal testen. Mit Minze. Bin ich auch sehr gespannt auf den Geschmack. Den, den ich sonst immer kaufe. Der ist von Ghazili oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß, dass es mir allesamt bürgelt. Es schmeckt wie Gummi. Und ich liebe ihn. Ja. Und Salami gab es auch noch. Oh Gott. Die ganzen vegetarischen Leute, die das jetzt angucken. Die werden mich hassen bis auf den Tod. Aber es tut mir leid, Leute. Ja. Und da ich ja wusste, es wird eh teuer. Nein, Spaß. Also ich wollte mir eigentlich zum Geburtstag einen Bettlaken wünschen. Jetzt hat es mich angelacht. Und wir brauchen definitiv ein neues. Nach unseren ganzen Magen-Darm-Geschichten habe ich echt viele weggetan. Und wir haben nur noch zwei. Ich finde, so ein drittes ist gar nicht mal so schlecht. Und es ist mal neu und frisch. Und dann habe ich mich heute selbst beschenkt. Ich glaube, es war irgendwie im Angebot für 7,99€ oder 9,99€. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das mitgenommen. Und dann habe ich unnötigerweise noch eine Hose für die Kleine mitgenommen. Aber ich dachte, die geht immer. Die hat irgendwie 3 Euro gekostet. So Jeans-Leggings-mäßig. Ja, Jeans. Ja, genau. Und ja. Das wäre es dann auch. So bin ich jetzt pleite diesen Monat. Nein, Spaß. Aber muss ich schon sagen, also auch hätte ich diese Non-Food-Artikel nicht dazu gekauft, fand ich das schon deutlich teurer alles als normal. Aber wie auch immer, ich werde den ganzen Kram jetzt hier wegräumen. Ich zeige auch noch mal meinen Kühlschrank. Nicht, dass die Leute sagen, ich hamster. Wartet. Also, die Gurke geht heute Abend noch weg mit dem Salat. Da ist auch nur Salat drin. Das ist nicht mal mehr eine Portion. Da sind noch ein paar Eier. Hier ist noch Streukäse, der Käse und das. Das ist, wie gesagt, nicht gut. Das war nie gut. Das ist immer nur für Fotos gedacht, die ich noch nicht gemacht habe. Der ist quasi leer. Und hier sind noch ein paar drin. Und das ist auch nicht mehr so gut. Ja. Nur, dass ihr seht, eigentlich ist mein Kühlschrank doch recht leer. Hier unten ist gar nichts mehr drin. Da, wie gesagt, mit dem Salatkopf kann ich einen Salat machen. Mit Ei. Und dann hat sich das auch. Ne? Übrigens, Leute. Kühlschrankputzen steht auch noch auf meiner To-Do. Hätte ich vielleicht vor dem Einkaufen machen sollen. Aber hey! Ja. Wie auch immer. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Seid vorsichtig. Bleibt gesund. Und fordert nicht so viel wie ich. Ist teuer. Ja. In diesem Sinne verlinke ich euch hier noch meine letzten beiden Videos. Für unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und so tschüss. Bis zum nächsten Mal.